Das könnte es lustig werden. Ja, hoffe ich auch. Oh, mir hast du ja die gleiche Autowickel. Ey, schon wieder ab im Auto hier. Was hast du denn für ihn? Ein Centurio. Ja, super. Deswegen ist es gleich. Weil das ist das schnellste Auto. Was willst du da machen? Oh, vor allem heb ich mal hier nicht hoch, wenn es geht. Eieieieieiei. Und du bist, ich habe mich da gerade bei dir gehört, aber ist egal. Ja, warte mal gleich, Alter. Kannst gleich machen, wenn du da draußen bist. Hui. Wie viel brauchen wir? Vier. Oh, das ist aber viel. Ja, das ist ein wenig zu lohnen. Ja, ist schon vorbei. Zwiespielen lässt sich nicht so viel. Oh, man merkt mir die Frühschicht an, alter Vater. Erstmal ja, wer arbeitet es heute wieder. Warte mal nicht. Warte. Ja, ich war heute bei der Infoveranstaltung. Ja, heik. Bitte kriegt. Ja. Hä, warum kannst du mich jetzt schieben? Weil ich einen besseren Torino habe. Na ja. Ja, ich habe schon eine Bescheidigkeit. Ich darf die nächste Ausbildung dort machen. Das heißt, jetzt bist du wie lange noch erst mal? Nochmal drei Jahre. Alter, willst du auch machen, ja? Hattest du nicht mal irgendwie gesagt, doch nicht? Ja, wollte ich eigentlich nicht, aber... Jetzt hast du mich verarscht, alter. Du hast jetzt einen Sozial-Sistenten jetzt gemacht, ne? Den brauchst du nicht, wenn du ein Abi hast? Ne, wenn ein Abi hast, brauchst du den nicht, genau. Eigentlich dumm, oder nicht? Weil das ist natürlich verschiedene Sachen. Ja, eigentlich schon, ja. Die sind voranprallen, das bringt doch mal gar nichts, alter. Ne, das ist einfach witzig. Ja, 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 ja. Ich kann dir mal ernsthaft abschätzen und muss hier runter jetzt schon, weil du so gewählt bist. Ja, ja, das ist echt schwierig. Ja. Ich weiß nicht, falle ich jetzt runter, aber falle ich nicht runter? Da jetzt zum Beispiel. Bei der Zeit geht auf die Fasche runter, aber... Naja, besser so als andersrum. Ja, und sollst du? Oh! Naja, das war ein Millimeter, das war ja nix, eigentlich. Nein, 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 nein! Oh, verdammt! Was? Du musst mich mal hier freuen, jetzt. Wie abgeht da, alter. Ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen leiser. Wenn ich... Nein, 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 die Musik. Ach so. Alter! Warum ist denn das jetzt passiert? Also, ich glaube, im Golf nennt man so weit Ass. Echt? Ach man hier bei Tennis nen Ass? Bei Golf nennt man den Igel. Nein. Hole and Run nennt man das. Dann kommst du eigentlich mal wieder her für Dark Souls 3. Ich hab Bock weiter zu spielen. Ja, go. Ach, jetzt noch wie immer? Nö. Was, doch nicht? Ich hasse dieses Ziel. Echt jetzt noch? So sehr, dass ich einfach mal weiter spielen muss. Und, du bist tot? Ja. Mist. Okay, das war grad ein cooler Trick. Och, Mann, ey. Ach, schade. Hat fast funktioniert. Oh, jetzt schade ich ohne aus Versehen in den Igel. Oh, das muss man auch mal eh noch runter machen. Wie steht denn überhaupt? Ich hab jetzt total 2-2, kann das sein? Ja. Oh, ho, 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 ho. Ja, Kontrolle auch am Upvibration ist hier, ey. Und ich hab den schon runter. Ich steht bei mir. Interessant könntest du den 360-Controller auch so verändern? Nee, wirklich nicht. Du musst da ein Software-Update machen. Alter, geh mal weiter mit. Ich kenne nur einen Basketball-Skorb dahin. Was, Basketball-Skorb? Ja. Ich weiß nicht, was das geht. Wir kennen nicht den Basketball-Skorb. Da müssen wir gleich mal anklicken. Ja, warte, komm rüber. Wir hätten natürlich auch ein Video gucken können, aber ist das schon vorbei. Du versuchst doch mal anders zu fahren jetzt, ne? Hä? Was, hä? Wie anders fahren? Na, als am Anfang. Ich wüsse hier, wo du bist. Ach, da! Wo ist der Leck? Nein, hier oben da. Ja, aber immer außerhalb der Kamera. Was machen wir jetzt hier? Warten, bis ihr einen Fehler macht. Oh! Alter! Ja! Leute, das muss ich mir nochmal angucken. Aber das hat man bei mir nicht so schön gesehen. Ey, Katja muss einfach irgendwie hochgehoben. Alter! Yo! Hammer! Ja, das war ein bisschen lustig. Ach, die kackt mir ab, ey. Haha. Ah, da hätten wir Dings nehmen sollen, wa? Mach's ab Schock oder sowas. Ja. Wär das noch für ihn genommen? Ein Coupé halt. Ja, aber welche für ihn? Wie witzigen den Ford oder sowas? Hallo. Hab ich schon wieder die gleichen Wagen? Ja. Ey, gibt doch gar nicht. Ne, haben wir nicht. Du hast ein anderes Dach. Ich drück den Stick und dann mit nach vorne. Aber das... Wurde ich nicht. Naja. Was hast du halt so gemacht? Den müssen wir innen fallen lassen. Ah! Was ist jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich rechne dich mit in den Tod. Ich rechne dich mit. Ich brenne auch. Naja. Das ist verreckt. Den Tag er noch gar nicht gehabt. Was? Auch wenn der vorbei ist? Ich weiß es nicht. Aber gehen die überhaupt kaputt hier? Ja. Wurde sagen schon. Ja, aber dafür brennen wir ja schon lange, Alter. Ey, ganz ernsthaft. Wir haben hier so wenig Power auf der großen Insel. Hä? Ich kann nicht mehr fahren. Ich ohne. Und nu? Du? Aufstehen geht auch nicht. Ja! Ich kann dir meinen Finger höchstens zeigen. Ja. Wir haben das Spiel gerade gecrashed. Wurde ich einfach mal so sagen. Die Blase muss platzen. Oh, geht der ganz schön schnell. Au, 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 ha. Au, 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 ha. Wie ist das, was wir jetzt nicht mehr machen? Ja. Ja. Du hättest einfach die Autos auf unser Steuer stellen können. Wenn's denn geht, sag mal so. Ja. Nein, ich bin dran. Nein, ich bin dran. Echt jetzt? Ja. Jaaa. Oh, die Scheiße. Nein. Free Point. Nein. Ja. Hä? Jo. Schön. Ja, gut. Ja, du willst ja auch so, oder? Das will ich mal sehen. Ja, dann fängt dein Auto an zu brennen. Ja, gut. Dann geht er irgendwann kaputt, aber da gehen keine Flammen vor allen Dingen. Zumal du fährst nicht noch ne Minute mit den Flammen. Nee. Nee. Das stimmt. Ey. Er kann's ja nicht. Nee, aber in der L. Ach, L. Jetzt halt ich. Naja, was denn? Der Jäger kreist sein Ziel ein. Ja. Die Autos sind scheiße für die Karte. Ja, nee, wahr. Ja, natürlich. Wir bewegen uns doch gar nicht. So ein Monster Truck hätten wir reden sollen. Bewege ich mich einfach. Mach das. Oh, oh, Kevin. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ui. Hat er mich errettet. Ach, ist hier wahr. Ey, das war so klasse. Oh, ich kriege ihn ab. Nee, noch nicht. Nee, 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 nee. Er kann nicht nur noch Speed drauf. Hehehe. 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 Und tschüss. Jawohl. Nein, 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 nein. Und tschüss. Was? Nee, komm. Oh, ich hab ne Heckschleuder. Ist nicht wahr. Und tschüss. Wer ketzt nicht das exklusive Wasser? Ja. Die streichelt noch mit Farbe ein? Dann siehst du die nicht so. Nee, aber ich hab doch hier, äh, der Ecktisch. Den würdest du sonst auf der Kamera sehen, ne? Dann hab ich mein, mein Trikot einfach rübergehangen. Hab's hier auch grün. Ja. Und recht rein und grün. Ja. Oh. Da ist er. Ach, jetzt helf ich dir auch noch, weißt du? Ja, weiß ich wohl. Das ist echt gefährlich. Du weißt nicht, ob du voll Hackengas geben kannst, weil wenn du triffst, also wenn nicht triffst, dann bist du am Arsch. Ja, dann bist du weg hier, ne? Deswegen bremse ich so oder so schon. Und jetzt aber. Ach, komm. Hm. Das war aber schon grad ein kleiner Fehler gewesen. Nee. Nein, war geplant, ne? Ja. Ja, ja. Hui. Wären wir jetzt sehr an der Kante gewesen, wäre das ein geiler Move gewesen. Ja. Nein, ich bin auf der Seite. Nein. 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 Oh. Der war jetzt geschenkt. Warum geschenkt? Weil die... Oh du, ey. Die Map ist doch scheiße. Ja. Ey, wollen wir danach was ganz verrückter machen, weil wir die Sumo durch haben? Na. Wir können einfach mal so eine Heist machen, einfach bei irgendwelchen Idioten mit. Oh, und wir können natürlich auch die extra crashen, damit die immer von vorne anfangen müssen und wir pissten auf uns sind. Alter. Ich hab grad den Abgang fast gemacht. Oh, was ist denn die Wahrheit, ey? Nein. Nein. Er hochfasst wieder. Hui. Wow. Haben wir gewonnen? Nein, 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 nein. Wo bist du denn denn? Nein. Du denkst positiv. Oh, ey, 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 ey. Oh, ey, ey ey. Oh, ey. Wir könnten alles reden. Der war einfach unterdurch. Und Schuss. Wer noch kippt? Was? Was? Ey, voll irgendwo runter. Ey, ich war gar nicht im Wasser. Sag ich mal was sagen. 4-0. Ich war nicht mal im Wasser. Ich hab 13,5 gekriegt, Alter. Ich war gar nicht vor masker, Alter, Untertitelung des ZDF, 2020